Hallo, willkommen im Weltladen Oranienburg. Uns gibt es hier an diesem Ort schon seit 1995 und das Besondere an unserem Geschäft ist, wir betreiben diesen Laden ehrenamtlich. Wir sind ein Verein der Eine Welt e.V. Das Besondere an unserem Angebot ist, alle Sachen, die es hier zu kaufen gibt, sind zu 100 Prozent fair gehandelt. Der Weltladen hier in Oranienburg ist sehr, sehr schön, weil man findet immer wieder ganz fantastische, ausgefallene kleine Geschenkideen und ich suche immer ganz speziell nach Kleinigkeiten, die man zum Beispiel auch in einem Brief verschicken kann, sodass man gar nicht für ein großes Paket erst einkaufen muss. Ich freue mich über die bunte Vielfalt in diesem so liebevoll gestalteten Laden und finde immer nette kleine Geschenke für meine Freunde, Enkelkinder oder für mich selbst. Wenn Sie bei uns einkaufen, dann tragen Sie dazu bei, in den Herkunftsländern menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen neu zu schaffen und zu erhalten. Also, wir freuen uns auf Ihren Besuch im Weltladen Oranienburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017